Und von den Pinken gehen hoch. Wo ist denn das bei Spieler-Statistik? Genau. Äh. Wo ist denn da Militärische Stärke? Militärische Stärke? Bei der Spieler-Statistik? Achso, da, 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 ja, hab ich. Ah, okay, ja, stimmt. Und ich bin der mit den meisten Münzen. Ich hab schon 26 Münzen gebaut. Wow, okay. Und die sind alle in meinem Hauptquartier und warten nur darauf. Warten nur darauf. Ich hab nur vier bisher. Was? Das sind halt meine einzigen Bergwerke, die all mein Essen kriegen. Ja, stimmt. Das ist natürlich nicht schlecht. Ah, ich schick die mal aus meinem Hauptquartier raus. Vielleicht schicken die das dann in das andere Lager. Dann ist das weiter vorne. Finde ich besser. Eisenerz. Ich wollte hier eigentlich Kohle haben. Aber er will mir keine Kohle geben. Ich baue hier einen Steinbruch, das hat er jetzt davon. Wir haben so viel scheiß Stein, oder? Ja. Finde ich aber auch gut. Also ich hab schon... Ich hab fast 200 Steine. Können wir Katapulte bauen? Die Katapulte sind in diesem Spiel tatsächlich schlechter als in dem normalen Teil. Die schießen häufiger daneben und die Steine fliegen viel langsamer. Ah. Aha, okay. Da schon die andere Holzfällerhütte ist fertig. Der Wachstum ist gleich fertig. In der Mitte. Nach unten rechts. Okay. Ah, ja. Ich seh's. Gut, da hab ich bisher nur ne Barke stehen. Also, ein Bau. Also, in der Mitte trifft man sich wahrscheinlich am schnellsten. Deswegen hab ich mir gedacht, muss sein. Ja, das... Ah. Okay, dann fang ich jetzt auch mal ne... Zumindest, ich baue schon mal... Ne... Alter, wo war das jetzt? Barke, ich weiß ja. Ja, genau. Dann baue ich da unten. Ja, mach ich erst mal ne Fahne. Und ein Erkunder, mach mal zwei. Ein Erkunder hat immer einen ganz bestimmten Bereich, den er erkunden wird. Das heißt, einer ist okay, aber der braucht dann halt einfach ein bisschen länger. Wobei, bei einem Geologen, der hat ne Anzahl an Schilder, die er setzt, soweit ich weiß. Das heißt, wenn... Je nachdem, wie groß der Berg ist, den du mit Geologen abdecken willst, braucht man halt auch dementsprechend mehr. Ja, okay. Zumindest ist das so meine Erfahrung, die ich... Dann hab... Ja, das macht du ja so. Ah, der ist noch nicht da. Dann baue ich jetzt hier ne Festung hin. Einfach, um ihn... ...aufs Maul zu hauen. Das ist gut. Super, Fleischerei fertig, aber die Schweine ist doch noch nicht. Ja, ich meine, die Schweine... Die Fleischerei ist ja auch ein kleineres Gebäude, ne? Ja. Deshalb. Das ist der Grund. Das ist schon richtig. Wenn jetzt hier die Festung... Warte mal, ich mach mal hier in der Kunde. Und ich reiß die Festung nochmal ab. Weil wenn hier der immer noch nicht ist und wenn ich mich nach rechts ausbreite... Gott ey, dann gehört dieser ganze Bereich mir. Ich weiß gar nicht, die fangen ja unten rechts an. Schauen. Vielleicht hätte ich die hier oben noch gar nicht bauen müssen. Ja, mach... Ich warte erstmal bis... Ich hab sowieso genug Platz eigentlich. Es fehlt mir gerade sowieso nur an Holz. Dich. Ja, bringt mir nicht viel, irgendwas jetzt zu machen. Okay. Ja, gut. Zum Steinbruch. Hier einfach mal noch einen Steinbruch bauen, damit das schneller weg ist. Das ist meine Produktion da unten fertig. Ja. Sogar das Lagerhaus stehen schon. Dann werde ich hier das Sägewerk abreißen. Das arbeitet zwar noch auf 100%. Aber das ist mir egal. Zack. Ich habe eh fast keine Baumstämme hier oben mehr. Nur noch drei. Drei Baumstämme. Da reicht das eine Sägewerk auch. Drei Baumstämme. 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 Das war's für heute. Ah, da unten ist er. Hab ihn gefunden. Okay, dann baue ich jetzt hier eine Festung hin. Okay. Einfach damit anliegende Gebäude an ihm einfach das höchste Potenzial haben. Ah ja, stimmt. Diese Festung da oben war, glaube ich, einfach, die war noch overkill. So ein bisschen. Ja. Aber egal. Ich brauche nur noch ein Holz. Dann hat er alles, was er braucht. Ich brauche nur noch ein Holz. Kohle gefunden. Ha, ja. Das Sägewerk hat endlich die Bretter gekriegt, die es brauchen, um fertig zu werden. Das ist eins. Es fehlt noch ein zweites. Keine Rohstoffe gefunden. Steinbruch. Oh, du bist fertig mit deiner Arbeit. Tschüss. So, gut. Da unten ist auf jeden Fall auch noch kein Gegner. Keine Gegner. Also kommt... Da, wo du eine Baracke baust, baue ich sogar noch weiter oben. Ja. Die ist sogar noch weiter oben als deine Baracke. Ja, wobei, das ist ja... Also, die sind ja weiter unten rechts, also... Ja, das stimmt. Okay, da ist recht. Kann die ja sein, dass die da noch sich sind. Ja. Aber mit dieser Festung werde ich einfach so viel Platz haben. Ja, das stimmt. Ich habe hier sowieso schon so viel Platz, weil oben die Baracke steht. Ich könnte hier alles voller Bauhöhle machen. Aber dann muss ich erst mal ein paar... Muss ich erst mal ein Schlosser machen. Nein, 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 nein. Weil ich wahrscheinlich nicht genug Sensen habe. Muss ich erst mal ein paar... Ah doch, ich habe elf Sensen. Also... Äh... Dieses... Hohe... Hohe Rohstoffstart da, der bringt echt... Also... Elf Sensen, ja, das ist... Ganz eine Menge, ne? Oh, hier jetzt ein Bauernhof. Was hast du davon? Hier noch ein Bauernhof. Äh... Ach, da oben ist es. Warte, warte, bis die Festung fertig ist. Noch ein Bauernhof. So. Ach, stimmt. Nach einer gewissen Zeit gehen ja die... Schilder auch weg, ne? Ne. Ja, die von dem Geologen schon, oder? Ja, okay. Deswegen baue ich da immer die Sachen schon hin, wie du siehst. Jo. Ich habe überall diese Baustellen. Aber ich sehe gerade... Ist hier oben gar nichts? Da will ich noch mal gucken. Oder gucken lassen. So. Na, blöder Förster. Warum setzt du denn da oben einen Baum hin? Da werden meine Bauernhöfe sein. Du hast da nichts zu suchen. Na, ich habe da eine bessere Idee. Abreißen, abreißen, abreißen. Warum kriegt das Sägewerk keine Stämme? Du hast einfach keine Stämme. Ich habe so viele davon. Nein, hast du nicht. Lüge nicht. Habe ich hier eigentlich schon meine Brauerei gebaut? Nö. Immer noch keine Brauerei gebaut. Brauerei. Jetzt habe ich eine Brauerei gebaut. Hast du gehört? Ich habe eine Brauerei gebaut. So. Ich habe gehört, dass du eine Brauerei gebaut hast. Das ist, äh... Das hat dir der Teufel erzählt. Man munkelt. Ähm. Das ist... Ne, ich wollte sagen, das ist, äh... Wortschatz. Ähm. Das ist, äh... Das auf Englisch. Äh... Ich weiß nicht gerade. Immer diese Sache, wenn man zwei Sprachen kann. Man vergisst einfach in beiden Sprachen Wörter. Ja, stimmt. Ähm. Gossip. Ist, glaube ich, das deutsche Wort. Ja. Und das Englische auch. Richtig. Ich wollte gerade sagen, das ist beides. Aber es gibt da noch ein anderes Wort, was ich sagen wollte. Ähm. Äh. Weil Gossip hat ja noch ein... Ja, ein Deutsch. Das sagt noch mehr aus, was ich eigentlich sagen wollte. Weil Gossip ist ja sozusagen, ähm... Das ist nur eine... Das Hörensagen, aber das... Ich wollte eigentlich ein anderes Wort sagen. Keine Ahnung. Irgendwas, was so in die Richtung geht, jedenfalls. Dieser Holzfäller hat keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich... Also... Aber du weißt, dass es da noch andere Wörter gibt, die... Ja, ja. Genau. Deswegen. Ich wollte eigentlich noch ein anderes Wort sagen. Dafür. Ah ja, da unten ist er. Okay. Oh, da kann ich jetzt aber nur einen Turm hinbauen. Ja, ich habe da auch nur einen Turm hin... Achso, na gut. Zumindest auf diesem Weg habe ich einen Turm gebaut. Aber das hat auch einen anderen Grund. Ja. Ja, aber da, wo du jetzt im Prinzip die... Festung hast, ja. Ah, da ist auch schon eine Wachstube im Bau. Das... Wird eng. Dann baue vielleicht auch lieber nur eine Wachstube. Damit du schneller fertig bist. Oder so. Ja, aber die ist schon so gut wie fertig. Also da werde ich nicht schneller fertig. Dann baue deine Baracke aus. Und vielleicht die Wachstube oben auch. Ja. Oder reichst die Baracke ab und baue direkt einen Wachturm hin. Oder sowas. Würde ich dir empfehlen. Hä? Welche... Nee, die Barache abreißen kann ich jetzt... Achso. Und da, wo die Wachstube ist. Ja, nee. Also fein... Das geht schon. Okay. Unitärgebäude besetzt. Festung. Da ist jetzt ein Soldat drin. Weil hier halt einfach nichts ist. Hallo. Was ist denn das hier eigentlich? Nein, das wollte ich gar nicht. So. Ganz schön viel Steine sind hier. Und dann kam das mit dem Leber. Da war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020